Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Hardline Beta mit eurem MHS-FIT 6905. Ich danke euch wieder vielmals für das Einstammenspielen. Heute heißt den Modus, den wir im vorherigen Part schon mal gespielt haben. Ich hoffe, wir gewinnen diesmal. Ich muss mich erst mal an die Steuerung gewöhnen und wie gesagt, ich finde dieses Spiel ein neues, revolutionäres Battlefield. Sie haben viel da rausgeholt, neue Waffen reingemacht, eine Shotgun, also eine abgesägte Shotgun. Ich hoffe, es bleibt weiterhin so gut, wie es jetzt ist. Und ich würde sagen, wir spielen heute mal mit dem Enforcer. Wir passen den aber noch ein bisschen an. Mit dem MG36. Und, deploy, ready. Wir steigen natürlich mal... Wir steigen die Anst. All units, we have a 211 in progress. Wir steigen die Anst. Wir steigen die Anst. Wir steigen die Anst. Wir schützen uns ganz wenig. Wir stehen bei Anst. Was ist das? Dein Ernst, der rennt vor meiner Nase rum und ich seh ihn nicht Boah, fuck Also gefällt mir das MG36 ohne Visier, also mit dem komischem Visier gefällt mir das gar nicht Das ist der Schleppster in der Package Was ist das? Oh, was that the fucker ist? Get these fucking guys off me! Get these fucking guys off me! Oh, we're down in there! Watch out! Suspects on. They've taken package. Here's some ammo! Let's get these guys! Officer down! Package carrier now. Suspects suppressed! Suspects suppressed! Suspects on the moon. They're going for the drop point. I'll drop each car up here. Taking heavy fire! We got a grenade on them! We got a grenade on them! Let's move on their positions! They can't fucking move! Man it down! Man it down! Man it down! Man it down! Have I brought a net report? No. We got a med kit for you! Office! Med kit for you! Also suppressed! Got him trapped! Engage in armed suspects! Be suppressed! Keep firing! I gotta load up! Oh, that's a good spot! Oh, that's a good spot! We got a man down! We got a man down! Okay, carry her down. Okay. We lost a man! Get him out of here! Shit! Man down! Suspects on the move. They're going for the drop point. I'm going for the drop point. I'm going for the drop point. I'm going for the drop point. Why do you have to go there? I'm going for the drop point. I'm going for the drop point. Alright, I'm looking at him. I'm going for the drop point. I'm going for the drop point. Go! 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 Here, take the wheel! Stuck the carrier. Suspects are on move. They have taken the package. Fist. I am to the drop-down. Package is almost left. Suspects are clear. This is the crew 3. Intercept the remaining package. Alter, wie ich dieses Sniper hasse! Und damit war's, macht's gut bis zum nächsten Mal, tschau Leute. Und damit war's, macht's gut.